Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Character Sculpting Tutorials. Diesmal geht es uns um die Hände, den Rest des Körpers bis auf die Füße haben wir soweit schon fertig. Die Füße folgen im nächsten Teil und wie ihr diese Hände herstellt, zeige ich euch jetzt. Dazu verwende ich Referenzmaterial, das ich euch aus Copyright Gründen wieder nicht zeigen darf, denn ich möchte, dass dieses Video komplett Copyright befreit ist. Das heißt, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Dazu darf ich natürlich keine bestehenden Dinge nehmen, die jemand anderem gehören. Also zeichne ich einfach bloß nach, was ich an Referenz habe und ihr könnt es auch ähnlich machen oder ihr nehmt gleich die Referenzmaterialien. Wir haben den Rest hier ausgeblendet und jetzt begeben wir uns in die Top-Ansicht. Das hier ist jetzt noch ohne Finger, die werden wir nämlich dann einzeln anfügen. Danach schauen wir uns noch die Seitenansicht an. Da habe ich einen kleinen Querschnitt gemacht, das heißt, das hier ist die Hand von der Seite. Hier noch den Block vom kleinen Finger noch dran, der ja etwas versetzt nach unten ist und hier den Daumen, wie er rauskommt. Dann habe ich noch eine Frontansicht, die sieht so aus, in der ich dann die Fingeransatzstellen habe und dann den nach unten gerichteten Daumenballen. Und das reicht uns auch schon völlig, um zu starten. Die UV-Sphere können wir schon mal ein bisschen flach machen, ungefähr so. Das ist in Ordnung. Kleiner skalieren, dass sie ungefähr so aussieht. Und wir können schon mal den Scale, Rotation und Location Transform anwenden, in dem Falle All Transforms. Und danach gehen wir schon mal in den Voxel Remesh, den wir wieder sehr oft verwenden werden. Und gehen da mal auf 0,01 und versuchen hier mal. Der sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus. Ziehen das Ganze einfach ein bisschen zurecht. So. Völlig in Ordnung. Das reicht uns erstmal von der Ansicht hier. Dann schauen wir uns das in der Seitenansicht an. Da können wir das Ganze noch ein Stück nach oben ziehen. Pinsel schön groß. Und auch hier ein bisschen ausrichten. Ein Stück nach unten. Das Teil hier ziehen wir in die andere Richtung. Und da müssen wir jetzt einfach darauf achten, dass das einigermaßen zusammenpasst. Und mal wieder von allen Seiten betrachten, ob das ungefähr Sinn ergibt, was wir hier tun. Das heißt, hier ist hier wieder ein Remesh drauf. Dann haben wir wieder neues Material, mit dem wir sculpten können. Können wir hier die Top-Ansicht noch drauf machen. So ungefähr. Jetzt geht es jetzt nur um die grobe Form. Das braucht jetzt ein bisschen, bis wir das hingefummelt haben. Aber es geht immer noch schneller, als wenn wir das Feuer ausblocken. Das möchte ich noch dazu sagen. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie ihr eure Hand da zusammenbaut. Ich finde, das Ganze ist auch relativ anfängergeeignet, weil man damit nicht viel kaputt machen kann. Das Mesh geht nicht kaputt durch den Remesh. Wir haben da jede Möglichkeit, das wieder zu retten. Sollte da echt was schief gegangen sein. Ansonsten guckt ihr, dass hier jetzt keine großen Beulen oder Dellen mal auftreten. Da kümmern wir uns dann später drum, falls da was ist. Und jetzt einfach mal mit groben Schnitzern mal diese Form herstellen. Die Form gefällt mir hier eigentlich von den Knöcheln. Ich will jetzt nur ein kleines Stück noch zurückziehen. So ungefähr. Jetzt können wir hier oben noch ein bisschen was drauf bauen. Ich habe mir da oben diese Knöchel noch angezeichnet. Das ist auch zur Orientierung. Muss auch nicht ganz so fest sein. Das reicht, wenn wir das so ein bisschen andeuten. Dann mal grob drüber gehen. Das hat noch die Höhe passt. Jetzt haben wir relativ mühelos schon unsere Hand soweit vorbereitet. Machen wir unsere Referenzen aus. Schauen wir uns die Hand mal an. Fallen uns natürlich gleich mal grobe Schnitze auf. Die können wir natürlich relativ schnell beheben. Der Übergang vom Daumen finde ich ist einer der schwersten zu meisternden Übergänge. Dass der hier realistisch ist. Das ist hier schon mal ein Muskel, der hier runter geht. Der ist relativ wichtig. Dass wir den schon mal ausarbeiten. Ihr habt auch im Grunde keine Ausrede. Ihr habt selbst eine Hand vor euch. Das heißt, ihr könnt auch einfach nachschauen, wie das denn echt aussieht. Macht davon auch Gebrauch, dass ihr euer Referenzmaterial schon an der Hand habt. Das ist natürlich nicht super einfach. Aber es ist generell immer gut, wenn man so ein bisschen Selbstverständnis dafür hat, wie diese ganze Muskulatur aufgebaut ist. Das könnt ihr bei euch auch sehen. Man darf nicht vergessen, jeder von uns weiß, egal ob man zeichnen kann oder nicht, wie so ein Daumen aussieht. Und jeder weiß, wie eine Hand aussieht. Jeder sieht sie jeden Tag. Und von daher werden Fehler sofort ins Auge stechen. Das ist was, was ihr nicht vergessen solltet. Ich werde jetzt die Oberfläche nochmal ein bisschen anpassen. Aufgrund der Proportionen, die wir uns hier gesetzt haben. Jetzt werden wir wieder ungefähr im richtigen Game hier sind. Aber so weit sieht das doch ganz gut aus. Hier muss ich gar nicht so tief rein, wie ich es angezeichnet habe. Hier vorne haben wir so einen steilen Übergang. Der muss gar nicht so weit hinten sein. Das heißt, den können wir eigentlich sogar noch ein ganzes Stück nach vorne ziehen. Aber ansonsten sehen wir hier gut aus. Top-Ansicht. Auch einigermaßen gut. Jetzt schauen wir uns noch die Seite an. Das nächste, was wichtig ist, ist, dass ihr die Hand nicht zu dick macht. Achtet auch darauf, dass sie einfach nicht zu fett wird. Und dass es nicht zu rund wird. Besonders hier zum Beispiel haben wir definitiv einen kleinen Ruck nach oben. Übertreibt es nicht. Das Ding ist keine Rippe. Aber ein bisschen müsst ihr schon noch da unten rein. Oben runter. Dann sollte die Sache schon relativ schnell passen. Wenn der Daumen so abgespreizt ist, seid ihr ungefähr auf einer Höhe mit dem Zeigefingerknochen, mit der Ansatzstelle, dass ihr ja schon mindestens mal dieses Maß habt, dass es nicht viel zu weit draußen ist oder viel zu weit drinnen. Und die Hälfte hier ist auch ungefähr das Gelenk vom Daumen, das zweite UV-Sphere. Dort gehen wir diesmal auf 16 zu 8. Gehen in den Edit-Modus. Ziehen hier nochmal einen Loop-Cut rein. Wir ziehen das Ganze nach unten. So haben wir es ja auch schon mal mit den Beinen gemacht. Schnappen uns das Ganze und ziehen das mal zurecht. Schauen wir mal an der Top-Ansicht, ob das einigermaßen passt. Da auch den Pinsel schön groß lassen, damit ihr auch genug Material mitnehmt und er nicht nur an einer Seite gequetscht wird. Lieber ein bisschen hin und her schieben, dass ihr dann die optimale Form habt. Macht euch da keinen Stress. Ihr seht dann auch schön am Edge-Flow, wie ihr sich jetzt anlegt an die verschiedenen Positionen hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir das mal aus. Jetzt können wir mal ganz unbeschwert in unserem normalen 3D-View arbeiten. Das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt machen wir noch ein bisschen den Übergang. Wir können ihn jetzt so weit, wie wir wollen, weiter bearbeiten, damit wir nach dem Kopieren weniger zu tun haben. Das heißt, wenn wir in der Top-Ansicht sind, können wir ihm schon mal ein bisschen den Fingernagel mit dem Scrape-Brush ansetzen. Wir sehen uns das Ganze mal an, ob wir das einigermaßen getroffen haben. Das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Da empfehle ich euch, das Ganze auf den 3D-Cursor zu setzen. Dann setzen wir ihn an die richtige Ansatzstelle, so ungefähr. Können ihn jetzt noch ein bisschen drehen. Können ihn ein kleines bisschen kleiner skalieren. Nicht viel, das reicht schon. Danach ziehen wir im Sculpt-Mode den Ganzen noch ein bisschen kürzer. Denn er ist nicht viel dünner, aber er ist ein ganzes Stück kürzer als die anderen Finger. Ihr werdet schon sehen, das Verbinden ist einfacher als gedacht. Das ist im Grunde bloß ein Voxel-Remash dann. Aber mit dem lassen wir uns einfach möglichst viel Zeit. Einfach aus dem Grund, dass wir genug Freiraum haben, die Proportionen noch anzupassen, bis sie uns passen. Wir nehmen immer den Ausgangsfinger. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir hier einen Fehler beim Kopieren, also nach dem Kopieren, beim Modellieren gemacht haben, dann übernehmen wir den immer weiter. Wenn der jetzt zum Beispiel relativ flach ist an irgendeiner Stelle und wir sehen es einfach nicht, haben wir nur flache Finger. Das heißt, den Finger, den wir am besten inspiziert haben, den setzen wir jetzt hier nochmal an. Die Stelle hier ist ja relativ wichtig. Hier geht es nämlich dann um den Übergang zum Knöchel. Und wir haben hier eine starke Sehnenverbindung. Das heißt, die muss eindeutig sichtbar sein. Da können wir auch bei den anderen noch ein bisschen hochgehen. Also auch hier können wir noch im Sculpt-Mode noch ein bisschen nach oben ziehen. Wir gucken uns danach noch Referenzmaterialien an und dann können wir das anpassen. Das ist ja der Vorteil an der Geschichte. Dass das Ganze sehr individuell machbar ist. Also wir können es immer weiter durch die noch nicht verbundenen Joints hier immer noch weiter verziehen. Genauso wie wir es brauchen. Der Finger ist ziemlich gerade. Der nächste geht wieder ein Stück nach innen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alle schon mal joinen. Joinen die hier mal zusammen. Wenn euch die verschiedenen Farben stören, das sind die Faces, die uns die unterschiedlichen Mesh-Bereiche der einzelnen nicht verbundenen Entitäten einfach zeigen. Und falls wir das nicht wollen, müssen wir dagegen vorgehen. Nehmen hier beides, sagen STRG-J und danach können wir schon einen Vox Remesh machen. Das gefällt mir schon viel besser. Jetzt gehen wir zurück in den Sculpt-Mode und glätten die ganzen Dinger. Hier wird geglättet. Nicht zu arg, damit wir nicht die Form verlieren. Aber natürlich um die Übergänge hier etwas sanfter zu machen. Dann schauen wir uns das gleich an. Sollten wir eigentlich soweit durch sein. Unsere Hand sieht soweit schon mal gar nicht schlecht aus. Die ganzen Details, die werden wir dann mit mehr Mesh einbauen. Das bedeutet, ihr könnt sie jetzt noch etwas optimieren. Wir haben hier auch noch Fehler. Die sollten wir noch ein bisschen ausgleichen hier. Aber ich denke, für den Rahmen des Tutorials ist es in Ordnung. Da will ich eure Zeit nicht länger klauen. Achtet unten auf der Hand darauf, dass ihr hier so eine Art Mini-Schwimmhaut habt. Das ist einfach eine Haut, die das Ganze noch etwas verbindet. Das heißt, zieht die einfach ein kleines Stück hoch und ihr seid soweit gut. Und an den Stellen hier könnt ihr auch noch ein bisschen Material nachgeben danach. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr schon mal einen großen Teil von den schwierigen Dingen geschafft. Denn die Hand ist eines der schwersten Teile. Es liegt einmal daran, dass es anders wie zum Beispiel der Rücken nicht ständig im Auge des Betrachters liegt. Und eure beiden Hände schaut ihr am Tag einfach hunderte Male an. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen fallen euch Fehler bei Händen sofort auf. Und auch hier sind noch ordentlich viele Fehler versteckt. Die werde ich aber wahrscheinlich erst morgen sehen, wenn ich das Programm nochmal öffne, mir nochmal die Finger ansehe. Und genauso sollte es bei euch auch sein. Lasst es gut sein, wenn ihr nicht mehr identifizieren könnt, wo genau das Problem bei eurem Modell ist. Am nächsten Morgen, und wahrscheinlich geht es mir mit diesem Modell morgen ganz genauso, werden die Fehler sofort ins Auge stechen. Euch sind sie wahrscheinlich schon aufgefallen, mir noch nicht. Und genau das ist eben das Problem beim Sculpting. Und generell bei Modellen, bei denen man lange draufstarrt. Man sieht die Fehler einfach nicht. Und wenn man sie nicht sieht, kann man sie nicht beheben. Und das klappt eben manchmal erst, wenn man etwas Abstand zu seinem eigenen Werk bekommen hat. Und bevor ich jetzt hier noch weiter rumfummel, verabschiede ich mich bei euch und viel Spaß bei den Füßen.